Hier stehen dann Einzel-Suppen, das ganze Essen, wenn der Kunde weiß, was ist der Essen wichtig für alle zu beschaffen. Und hier wird es dann alles ausgeschnitten. Hier gibt es den Nachtisch und die jungen Damen, die hier auch schon den Nachtisch schicken. Das ist jetzt der Chef. Und hier geht es durch. Good morning. Ein ganz nettes Personal hier.